Wow, wir sind angekommen. Das ist unser Hotelzimmer, wieder dasselbe wie jedes Jahr eigentlich. Ich habe die Uhrzeit. Es sind 14.35 Uhr, wir sind sehr sehr früh angekommen, obwohl wir eigentlich genau um die Zeit abgefahren sind wie jedes Jahr, also war eigentlich ganz okay und deswegen werden wir uns jetzt noch in unsere Comfy Cosplays schmeißen und noch ein paar Stunden zur Messe fahren, ist ja nicht weit. Gott sei Dank. Deswegen, ja. Ist ja eigenartig, auf meiner Kamera steht 14.41 Uhr. Es ist 14.36 Uhr, also stimmt schon fast. Zukunftskamera, ich finde die Zukunft. Ein paar Minuten. Ja, wir haben wieder mal viel Platz hier, das können wir gebrauchen. Ach. Und? Was meinst du, du hast die zugemacht. Ah, ist noch gut. Es ist still da. Ich stehe dich weiter selber. Jo, wir sind gerade und sind fertig machen. Jo, ich mache zum ersten Mal, ey, selber das Make-up, also könnte eklig aussehen. Halt die Klappe. Okay. Ich fühle mich gestrescht. Brauchst du nicht. Ich muss noch ein Bad machen. Das ist jetzt für nix. Ja, es hat ewig gedauert, bis ich das gekriegt habe, aber es ist endlich meins. Du siehst schon ziemlich männlich aus gegenüber mir. Ich bin blutig. Und ich Idiot habe die Zahnpasta vergessen. Ja, wir werden also die ganze Tag als Mord stinken. Nein, ich kann nicht schlafen, ohne dass ich 10 Sekunden zahme. Du bist ein Scherz-Diot. Achso. Ich weiß, ich mag sowas nicht. Also, ich mache jetzt vorwärts. So, Herr Schilder ist auch eingezogen. Auch wenn ich noch nicht ganz 100% zufrieden bin, aber ich habe eine Elefanten-Uhr. Aber ja. Start klar, Eric? Start klar. Start klar. Oh Gott, ich bin so cool. Ich bin so cool. Das ist so cool. Ich weiß, wie man ausgeht. Das ist so cool. Auf geht's. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind wieder zurück aus dem Hotel. Wir sind zurück von der Messe. Es hat Spaß gemacht, oder? Ja. Wir waren schon ein bisschen alles abklappern, was wir morgen alles kaufen wollen. Und was ihr hört, ist Bioshock. Wir sind total geflasht. Ich liebe Bioshock über alles. Ja. Besonders in Zeit. Ja. Ich will jetzt mal durchschauen. Ja. Iiiiih. Guck mal, wie es da runterfällt. Oh, scheiße. Seht euch unser Chaos aus an. Wir haben jedenfalls, ich habe mich aufgeräumt. Ich habe mich aufgeräumt. Ich habe mich schon. Kurze Haare hätte. Ja. 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 Meine Babyhaare, guck, die kommen auch wieder raus. Ja, und die hier vor allem auch. Aber dafür, dass wir so gerusht haben, sehen wir eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Ähm, ich habe das Make-up ja selbst gemacht, bin ja überrascht, dass es gehalten hat. Dass es irgendwie ein bisschen von nach Hause aussieht. Ja, jetzt muss ich den Schal wieder Hati zurückgeben. Das ist meiner. Das war ein Geschenk von Lisa. Stimmt. Also, ja. Ach, ich habe mich ein bisschen rasiert. Sieht man das? Ja. Ah, da ist das. Ich habe mir. Eigentlich bin ich nicht so, das hier gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich habe es ein bisschen schief auf, aber egal jetzt. Es ist durch. Wir haben Essen bestellt. Wir müssen jetzt eine Stunde drauf warten. Ja, das heißt duschen, auspacken und den Rest machen wir nach dem Essen. Weil wir haben noch nichts gemacht. Auf Abschnittstücher. So, nach dem Leckeressen geht es jetzt wieder an die Arbeit. Ich habe Link jetzt da zum Nachstay und die liebe Hati muss bügeln. Aber ich habe diesmal das richtige Bügeleisen mitgenommen. Könnt ihr euch noch an letztes Jahr erinnern? Mehr Dampf. Das waren wir, ja. Yay. Ich zeige euch mal Link. Hier muss ich machen. Meine weiße Wurz ist voll von einem blöden Doktor-Busseln. Sorry. Sorry. Ja, ein bisschen. Warte, ich mache. Hast du genug Licht? Nein, danke. Aha. Das ist ein Wiggetein. Sehr gut, dann arbeiten wir jetzt weiter. Guten Morgen. Morgen. Wir sind uns schon am Fertigmachen und haben lecker gefrühstückt. Das, was wir runtergekriegt haben. Du zumindest. Ich habe reingehauen. Guck mal, meine geilen Sackchen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich freue mich mega. Ich bin mega gespannt, wie viele Leute heute schon da sind und ja, oh Gott, ich bin eigentlich voll dumm. Wieso? Ich habe meine Ohren angezogen, aber ich muss das T-Shirt doch noch über deinen Kopf bekommen. Ja, mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber, ja, jetzt warte ich noch auf Roxy, damit ich sie dann schminken kann. Und wenn wir fertig sind, gehen wir dann schon zur Messe. Wir haben jetzt irgendwas nach neun, vielleicht halb zehn. Und ja, wir sind schon ziemlich aufgeregt. Wir freuen uns und sind gespannt, wem wir alles begegnen werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Tag und bis gleich. So, wir sind fast fertig. Sie kam also fast fertig. Tetra richtet noch ihre Haare. Ja, ich muss, ich ziehe wieder kaum was von der Seite, aber egal. Ähm, da hier ist Tetra. Hi. Siehst du so niedlich aus, oh mein Gott. Ito. Dankeschön. Ich hoffe, dieses Teil hält, nur es ist verdammt schwer. Ja. Äh, Nintendo, wieso solche Frisuren? Wieso Nintendo? Nein, Nintendo ist nicht schuldig. Ich kann ja auch sagen, wieso mache ich es denn genauso, wie es Nintendo gemacht hat, anstatt ein bisschen realistischer? Tja. Weil wir eben Taylor-Fanatiker sind und alles perfekt sein muss. Ähm, ja, das ist meins. Crabby, 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 crabby. Wir frieren gar nicht draußen, nee, ne, oder? Nein, überhaupt nicht, ich weiß nicht, was du hast. Crabby, crabby, crabby. Das ist crabby. Mein crabby, das ist crabby. Crabby, 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 crabby. Achso, crabby. Ich meine, das ist crabby. Nicht von crabby. Ähm, was wollte ich noch machen? Ah, wir müssen noch ein Selfie machen. Nee, du siehst, die Verrücke irgendwie festmachen. Meine Beine sind zu weiß. Ich bin von der Insel, aber ich kenne keine Sonne, ja? Ja, ja. Und es ist momentan echt schönes Wetter. Ich hoffe, es ist nicht allzu warm in der Halle, weil hier drin in unserem Hotelzimmer ist es richtig, richtig warm. Strahlender Sonnenschein. Passt, ja, vielleicht können wir draußen Fotos machen. Ja, und Wasser. Ja. Wir matchen es mit dem Blonde. Wo soll ich noch welche reinpacken? Welche hinten vielleicht? Ja. Monsterworks sind nicht witzig. Nein, man sieht dann diese Scheiß-Bobby-Pins. Es gibt eine Fotoshow. Guckt mal, ich will auch so eine Geldbörse haben. Die habe ich zu Weihnachten bekommen und die passt perfekt zum Cosplay. Vielleicht vorne noch eine und dann soll es halten. Sehr simpel, aber es hat seine Wirkung, oder? Ich komme ein bisschen vor wie Frodo, weil hier hinten so lang ist. Frodo, hallo? Oder Bilbo. Ich hasse auch Frodo. Bilbo ist zehnmal cooler. Ich habe zum Teil das Make-up alleine gemacht. Bis auf den Eyeliner, den hat Hati gemacht. Man sieht einfach die eine Augenbraue einfach gar nicht. Das sieht toll aus, Tetra. Du darfst mich heute die ganze Zeit fertig machen. Ich weiß, das ist das Geile. Das ist mein Tuckstock. Und er ist gar nicht mehr so sticky. Vorgestern noch fertig gemacht. Cosplay sind hart. Hardcore Cosplay-Work. Wenn du erkältet bist, dann riecht dich. Eww, ist auch schon ohne so eklig. So, ich mache aus. Bis auf der Convention. Tschüss. Das ist anscheinend ein bisschen zertäuscht. Oh mein Gott. Hi. Hi. Ja, das ist hier schön. Und zack, kreativ. Okay. Hi. Hier ist Tetra. Nicht mehr Tetra. Ach so, tut es mir. Ich dachte gerade, was, warum sagt ihr denn jetzt, wie ist Tetra? Ich so, hä? Wir haben ein bisschen viel eingeklemmt. Und Party ohne Tetra-Week. Ich bin ziemlich fertig. Weil, also ich habe die Perücke ja fast den ganzen Tag getragen bis eben. Und ich habe ziemlich Kopfschmerzen bekommen. Aber es war es wert. Es war mega schön heute. Ja, hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir super hungrig, super durchgefroren, super glücklich. Und wir bringen uns das Morgen. Hati will Sushi und ich weiß noch nicht, was ich essen möchte. Oh, dein Götter. Ich mag nämlich kein Sushi. Ich mag nämlich kein Sushi. Also, ja. Das werde ich nicht verstehen, aber auch nicht. Tut mir leid, ich mag kein Sushi. Also, die ohne Algen rum, die mag ich. Aber ich mag sowieso keinen Fisch. Aber eben. Ich wollte nicht sagen. Deswegen, egal. Obgekocht oder roh, ich esse keinen Fisch. Im Gegensatz zu Link, der wahrscheinlich viel Fisch isst aus Wind Waker. Ich weiß es nicht. Der Tag war super schön. Hat Spaß gemacht. Und meine Füße tun weh, weil die Schuhe haben. Guck mal, wie rot. Oh, ja. Der ist rot. Der ist mega rot. Und abgefärbt haben die Schuhe auch irgendwie. Lustigerweise. Ähm, ja. Wir ziehen uns jetzt um. Gehen duschen, essen und entspannen und freuen uns auf morgen. Wie üblich. Unser letzter Tag morgen. Ich habe heute das Gefühl gehabt, es wäre Samstag. Ja. Wahrscheinlich, weil wir gestern schon da waren. Aber, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und bis morgen. Wink mal, Heidi. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Guten Morgen. Ähm, ja. Seht mich nicht an. Ich bin noch total verschlossen. Ich bin noch total verschlossen. Aber, ja. Wir haben uns schon sehr cool auf den Tag eingestellt. Eingestimmt. Ähm, wir haben Dr. Hoograd geguckt. Und wir sind jetzt noch nicht mal 8 Uhr. Doch, es ist 8 Uhr. Es ist noch, jetzt ist 8 Uhr. Ähm. Ja, wir wollen jetzt endlich aufstehen und frühstücken gehen und, ähm, uns dann fertig machen. Aber ich freue mich so. Ich habe aber auch Angst vor ihm, Dr. Hoograd. Und erneut mir, bedeutet mir so viel und, äh, und unsere Gruppe wird auch so, und, äh, und, äh, Entschuldigung. Ich kann gerade nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin. Ja, dann bis später. Ihr müsst mich nicht, mich für schlafende Gesicht nicht unbedingt angucken. Bis später. So, wir sind... Was ist das, glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Rüber nach Einleiner. Ja, so sehe ich im Moment noch aus. Ja, man sieht mein Sportbehör ein bisschen, aber... Ich habe ja eigentlich den Balazer an. Und wenn, ist mir auch egal. Der liegt hier. Finde ich wunderschön. Und da ist, äh... Okay. Wir freuen uns mega. Ähm, ja, da steht... Sorry, ich kann gerade nicht sprechen. Ist schon gut. Hier steht meine Perücke. Geht es nur mir so, oder, ähm, auch euch da draußen so, wenn ich, äh, Perückenkopf aufstelle, auf meinen Schrank und so, dass ich die Gesichter wegdrehen muss, weil in der Nacht erschrecke ich mich sonst. Geht das nur mir so, oder geht es euch auch so? Ich bin sonst eine... Ich bin Hosen-Scheiße. Da ist der Rewa. Und da ist der Doktor neben Tetra. Seht unser Chaos nicht an, bitte. Unser Chaos. Ähm... Es ist sonnig. Haben Sie nicht gesagt, es ist bewölkt? Es ist doch bewölkt. Ja, aber es kommt trotzdem Sonne durch. Naja. Wir freuen uns jetzt einfach auf den wunderschönen Tag. Und, ähm, ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin nicht bei mir, was noch konturiert werden. Viel konturiert werden. Und eben die Wicke anziehen. Und dann ist es auch die- Da ist meine Räu. Ähm... Entschuldigung, andere Seite. Ja. Wir freuen uns mega und... Ist den ich schick, ne? Mhm. Und dann bis später. Тum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tum-Tata. Ich trage den Doktor. Ich träg den Tatooi. Komm her, River Song. Sie ist einfach größer als ich. Ja, das bin ich doch öfter. Aber es ist jetzt auch wegen den Schuhen. Ja, es geht gleich los. Jetzt müssen wir noch unserem Bruder helfen. Oh, wir sollten eine Wasserflasche noch aufschüllen. Stimmt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Nur ist die Perücke mir zweimal zu groß. Sind die Schuhe irgendwie zu groß? Sind sie zu groß? Hat sie nicht gerade geklopft? Nein. Okay. Bin ich irritiert? Ja, haben wir gesehen diese Augenbrauen? Eleven, wieso hast du so wenig Augenbrauen? Und meine sind sie zu dicht. Zu dicht. Es ist so hell draußen. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Ja, das Make-up besteht eigentlich nur aus Konturieren. Aber ja. Naja, dann zeig ich mir bis später auf der Convention. Das war eine große Gruppe. Meine schöne Gruppe hier. Auf jeden Fall nichts tun. Das wässt du immer. Das kommt jetzt ins Internet. Was sagst du? Hab ich gegessen. Ich hab das gegessen. Da gab es auch das und das. Das war voll lecker. Meine Waffens sind Apfelchen. Ja. Wer kann das von sich behaupten? Genau. Die waren wirklich lecker. Wir haben das Schnee nicht gegessen. So viel Süßes ist halt auch schnell. Ja. Genau. Wenn du Zuckerflash hast. Sehr schön. Ich sitze nicht viel. Wenn du Zuckerflash nicht mehr hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eindeutig ja. Oh mein Gott. So. Wir sind jetzt auch wieder im Hotel angekommen. River hat gerade unser Essen bestellt. Ja. Wir sind frohlich. Ja. 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 Was wollen wir denn sonst noch sagen? Ähm. Der Tag war wunderschön, oder? Es hat mega Spaß gemacht. Ja. War echt ein schöner Tag heute. Aber wir sind müde. Ja. Aber wir sind müde. Und für uns ist die Con jetzt auch schon wieder gelaufen. Ehhh. Ehhh. Wir fahren morgen wieder nach Hause. Ja. Ja. Packen. Wir sind hier noch... Ja. Aber es hat mega Spaß gemacht. Und wir haben viele tolle Leute kennengelernt. Wie jedes Jahr fast. Ja. Ja. Und äh. Ja. Und halt einfach auch Zeit mit anderen verbracht. Die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja. Und ja. Es war echt ein schöner Tag. Für mich war es speziell schön. Weil ähm. Für das Cosplay. Äh. Ich hab das schon seit Jahren vorgehabt. Und erst endlich jetzt. Konnte ich es realisieren. Und hab jetzt auch noch sie damit ähm. Angesteckt. Ja. War echt schön heute. Und ich hab mich echt gefreut. Und danke an alle die Hallo gesagt haben. Und danke an diejenigen die mit uns Fotos gemacht haben. Ihr wisst wer. Ich meine. Und äh. Die Squad. Und die Squad. Und ja. Ja. Es hat super super viel Spaß gemacht. Und die Cosplays waren irre. Ja. Auf jeden Fall nochmal. Oder? Ja. Ich mag es total. Ja. Und ja. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und äh. Montag. Ja. Und ähm. Ja. Wir fahren morgen. Vielleicht melden wir uns nochmal. Mal sehen. Ja. Und sonst. Oh. Noch einen schönen letzten Kontakt. Denkt an uns. Ja. Dann. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Ansehen. Tschüssi. Tschüss. Ähm. Ähm. Ich weiß. Wir haben schon Adieu gesagt. Gucke ich ihn jetzt noch an. Aber ich wollte es euch noch zeigen, was wir leckeres zu essen haben. Ähm. 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 Ja. Uns haben auch schon Cosplay im Fahrstuhl angesprochen. Ob wir das nicht ihnen mal aufs Zimmer bringen. Aber. Sorry. Wir haben auch Hunger. Sorry. Wir sind satt. Und haben. Läger jetzt gegessen hier. Und jetzt gucken wir uns noch Fotos und so an. Fotos. Ist ja ganz viele gemacht. Heute. Und ja. Mal gucken. Ich hab jetzt wieder viel zu bearbeiten. Yay. Und ja. Ich fand die. Ähm. Ähm. Das ist schon weg. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Ich fand die Con einfach ziemlich cool. Ein toller Auftakt für das Jahr. Ja. Ja. Es hat Spaß gemacht. Und. Ja. Auch wenn wir wieder ein paar nicht getroffen haben. Aber das ist an einem Samstag. Nicht zu verwundern. Das ist ganz logisch bei so vielen Menschen. Ja. Aber sonst war der Tag wirklich schön. Mega. Es war ja fantastisch. Also ja. Das war unsere. Unser zehntes Cosplayjahr. Und deswegen haben wir auch Wind Waker Cosplays gemacht. Weil das für uns so. Das Jubiläum. Das Jubiläum. Das Jubiläum Cosplay war. Und. Heute haben wir offenbar rausgefunden. Dass es äh. Anderen genauso geht. Dass die auch zehn Jahre Cosplay feiern. Und. Das war irgendwie lustig. Ja. Deswegen. Ja. Ja. Es war mega schön. Ich will morgen noch nicht nach Hause fahren. Nein. Ich auch nicht. Mhm. Ja. Aber ja. Arbeit geht vor. Real life. Ist wichtiger. Na jeder. Ähm. In vier Wochen sind wir ja sowieso schon wieder auf den nächsten Con. Ja. Oh Mann halt. Deswegen. Nehmen wir euch auch wieder mit. Wenn ihr wollt. Ja. Und das ist nochmal ein ganz kleines bisschen anders. Aber warum sagen wir noch nicht. Und. Ihr werdet es dann sehen. Und. Ich hoffe wir kommen zum Film. Und. Ja. Ich werde mich bemühen. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Wie das wird. Aber wir freuen uns schon darauf. Ja. Und deswegen ist. Für uns die. Äh. Der Abstand zwischen den Cons auch nicht so groß. Nein. Wir haben jetzt drei Cons hintereinander. Oder? Ja. In vier Wochen die Fantasy Basel. Und vier Wochen danach ist schon wieder Dokumi. Also. Wir sind äh. Momentan. Äh. Conventions. Gut bedient. Ja. Und nach Pause bis zu Konichi. Ist auch schön. Ja. 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 Dann. Dann sag ich mal. Tschüss. Und. Wir sehen uns. Im nächsten Video. Im nächsten Video. Und wir hoffen. Dass es euch gefallen hat. Und. Und. Ich weiß. Ich hab ein bisschen weniger. Weniger gefilmt. Jetzt äh. Samstag und Freitag. Aber. Ja. Es sind halt auch anstrengende. Cosplays. Und. Ja. Anstrengende Tage. Und ja. Aber trotzdem hoffen wir. Dass ihr. Einen kleinen Einblick wieder. In unser Kon. Mhm. Erlebnis hattet. Und. Ja. Und ich hoffe. Ihr habt auch eine schöne LBM gehabt. Genau. Und kommt sicher nach Hause. Genau. Habt noch einen schönen letzten Kontakt. Kommt sicher nach Hause. Und. Ja. Guckt euch die Fotos an. Und. Habt Spaß. Erinnert euch zurück an die schöne Convention. Genau. Ja. Ich werde es jedenfalls tun. Genau. Also. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.